Ding, ich hör doch, wie das piept da! Ja! Verpiss dich doch! Ey! Nein! Nichts! Nichts! Ey, Dummy! Langsam vergeht mir hier echt ein bisschen die Gute. Und dein Herz ist gekommen, schön euch hier eingeschaltet. Heute wieder eine frostige Folge. Nach wie vor alles voller Schnee. Und deswegen heute ein Zu-Fuß-Parcours. Eine Map von Dummy. Hallöchen Deko. Hasta la, Muchachos! Mahalo! Die Nüsschen, seid euch gekrault und ich bin schon im Sibirischen Steppenrennmodus. Äh, Möfen. Steppenrenn-Sibirisch-Modus. Äh, hallo. Absteigen! Was stört er uns? Was stört er uns denn? Äh! Ey! Äh, 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 äh. Marvin war das. Fahrerflucht. Mieser Lappen, Alter! Läuft er einfach durchs Bild, ey! Könnt ihr das sehen, was für ein schlechter Mensch Marvin ist? Könnt ihr das sehen, Muchachos? Könnt ihr das sehen? Mieser Lappen, ey. Alter, ich wusste das, das war, das ist zu viel Gewalt. Komm her hier! Nein! Nein! Komm her hier! Hallo, beherrscht dich jetzt! Uh! Uh! Ja! Ja! Was soll denn die Machen da rein springen? Keine Ahnung. Wir werden das erleben! Ähm. Uh! Ähm. 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 Äh! Ha! Möchtest du deinen Laden überfallen? Nope! Not today! Not today, Sir! Aber, bist du da was reingehör? Bist du da rüber gejätet? To tell you not... Ey, ey! 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 Lass mein Zeug in Ruhe! Ey! Ey! Warte! Ding, ich hör doch wie das piept da! Ja! Ey! Ey! Ich wollte einen Sekt machen für dich! Mieser Lack, ey! Ey! Ich hab's für den Sekt gemacht! Ey! Das zählt nicht! Ey! 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 Das warst du! Das warst du! Das... Das war ich! Hä? Du hast dich doch gerade umgebracht! Du hast alles gestorben! Nein! Da hab ich doch nichts mehr zu tun! Da kannst du mir jetzt echt nicht die Schuld für die Schuhe schieben! Hallo! Nein! Nein! Fuck! Fuck! Wie geht der Lack? Hallo! Hä? Wozu fickt bin ich denn hier? Nein! Das ist falsch! Ich weiß nicht! Das ist ein Träume! Ich hab keine Ahnung! Eigentlich nicht! Ich hab auf jeden Fall gerade den richtigen Weg nicht gefunden da drinnen! Das ist auch alles irgendwie so ein bisschen unsichtbar gebaut und so! Wieso komm ich denn da jetzt nicht drüber? Äh... Ja! Ich würd sagen hier... Und dann hier... Jetzt klemmt er dann auch einfach durch! Hier am ersten Mal! Hä? LOL! Haha! Wer hat den ersten Punkt? Der... 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 Nicht cool! Ist weil nur ne kleine Nackenmassage! Ok... geil... Ja! Hallo! Und jetzt? Weiter geht's, ne? Seit wann hast du Molotov? Die hast du doch niemals. Feuer gehabt. Dachte ich mir auch gerade. Ich wusste auch nicht, ob ich sie habe. Aber ich hab sie. Ne, Granaten hast du nie. Ah, okay. Also interessanter Start. Granaten hab ich auch nicht. Oh, bisschen nach vorne, bisschen nach vorne. Noch ein bisschen weiter nach vorne. Yeah, baby! Äh, und jetzt, äh, hier drauf. Hallo! Nice! Hallo! Der klettert einfach. Nee! Äh, ist das der richtige Weg, oder ist das wieder ein Troll? Es könnte sein, dass es wieder ein Troll ist, oder? Achso, eigentlich muss es ja richtig sein. Hä? Geh doch da einfach hoch, Leute! Der geht einfach nicht, Alter! Hä? Von mir jetzt auch nicht. Hä? Warum? Geh doch einfach da hoch. Hä? Mach den Zappel, Philipp. Easy weasy funktioniert. Warte, ich muss nur hier drauf. Nur hier drauf jetzt. Nur hier drauf. Ja, ja. Ah! Jetzt hier so, und jetzt kann ich hier rüber springen. Bam! Ah! Okay. Das ergibt alles jetzt Sinn. Hell for easy. Und jetzt hier rüber. Wo ich dich Deko? Oh nein! Rolle, oder? Hallo, ey! Oh! Ey! 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 Da habe ich gerade verkackt und ich... Wie soll ich jetzt dran vorbeikommen? Zu Fuß? Okay! Schleichmodus. Mach den Schleichmodus. Achso, jetzt muss ich hier runter, ne? Holy moly, hello? Hier lang. Oh! Oh, ich hasse diese Bäume! Schleichmodus? Mach alles im Schleichmodus off ack on. Jetzt hier spring ich. Oh! Oh! Nein. Nein, 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 nein nach der Lack. Owwww. Durch? Ich steil es doch noch nicht durch. Ey! Was? Was? Hä? Was? Joa, oh! Ey, beruhig dich! Du Miser那個. Miser non! Lauf zu meinen Füßen rum, Armin, lauf zu meinen Füßen rum. Wie komm ich hier jetzt hoch? Kann der klettern? Bitte verkackt noch, bitte, bitte. Warst du schon im Bus? Ja, natürlich. Und da bist du hinten rausgefallen, Mörby? Vielleicht. Ok, obendrauf kann man nicht. Die Frage ist, was davon ist jetzt begehbar und was nicht? Da fällt man immer zwischendurch irgendwie durch. Ok, nah dran, nah dran, klettern. Wieder klettern, ja. Nein, nein. Los, 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 los. Bring jetzt, los. Nein! Geh da wieder, geh da. Soll ich die? Ich bin viel zu tief. Los, ich mach das los. Ich mach jetzt von hier. Loll! Loll! Eiskalte! Easy, was soll ich sagen, Alter? Einfach, äh... Ey! Ey, ich war das nicht. Ey, wie hast du das geschafft, ey? Wie? Ey, wie? War das einfach? Loll! Okay, ich hab noch nicht verkackt. Oder? Nein. Oh ja, hab ich nicht. Digga, ich bin jetzt hier zum vierten Mal. Oh yeah. Ja, warum eigentlich? Freunde dich. Immer beim Bus. Nein, nein, nein! Ja, ja, komm bitte, bitte, bitte. Okay, man muss schon losrennen, wenn das Ding rauskommt. Neh mich mal hier drüber. Okay, bis dahin ist relativ einfach, aber das mit dem Bus krieg ich noch nicht hin, muss ich sagen. Ey! Maximaler Sprung. Du kennst ihn von mir. Wow! Oh! Reine Technik. Ich hab den Punkt vielleicht... Was hast du getan? Marvin? Hallo? Ah! Hast du kaputt gemacht? Vielleicht war mein Lenkrad nicht fest. Und ist gerade runtergebaumelt. Hat dabei mein Triebwerk-Shaker umgekickt. Mein Tisch voller, voller Wasser. Dankeschön. Ich bin des Todes. Und nur, weil ich auf den Tisch geschlagen habe, ne? So ein Scheiße. Und dazu bist du auch noch ein Loom. Sorry. Hallo? Lol? Kann er so hochgehen? Lol! So runterfest. Okay, und jetzt? Wie geht das? Wie geht das hier? Voller Anschwung. Also, du bist ans Ende rennen? Einfach auf dem Sprint. Oder schon vorher? Ich hab's nach Gefühl gemacht, keine Ahnung. Ja! Ja! Ey! Okay, Yolo. Drei, zwei, eins, Abfahrt. Yolo! Er springt gar nicht erst. Was ist denn da? Ah! Oh! Digga, es war so einfach. Es war so todeseinfach. Ich hab's gefunden. Nein! Oh! 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 Du musst das Teil, das Schild, musst du schon anfangen hochzulaufen, wenn's rauskommt gerade. Alter, ich bin zu früh losgerannt. Ah, ich hab's noch hinbekommen. Du musst einfach nur am Rand des Busses stehen. Und dann. Und nicht mit Anschwung und keine Ahnung was. Ja, das scheint auch klappt, wenn du am Rand des Busses abgesprungen wärst mit Anschwung. Okay, jetzt geht's weiter und Deko weiß nicht wohin. Checken wir mal. Huah! Ey, ich hab das hier nicht gefunden. Huah! Ich bin woanders lang gelaufen. Du bist woanders lang gelaufen? Ja. Ich bin da vorne raus und dann nach rechts rum. Wie, du bist denn? Du bist jetzt auch nur links gelaufen, weil du mich hier gesehen hast, du lagst, ey. Nee, ich hab überhaupt nichts gesehen. Bin ich hier falsch, oder was? Keine Ahnung. Nee, da muss ich hoch. Nee, da muss ich hoch. Äh, warte, hier. Ah! Wo kommt man damit durch das Ding durch? Das könnte sein, oder? Komm, hier hoch, komm, Bruder. Ja, so. Nein, das war's nicht. Guck mal, hier, so. Bei mir, guck mal. Ich glaub ich wieder auf verlorenen Posten und muss respawnen. Ist doch mega easy, Bruder. So. Ja, hier. Kletter doch einfach da hoch, Junge. Und jetzt muss ich hier nur... Oh, komm. Ja. Und jetzt hier hoch und dann bin ich da, ja. Hast du gesehen, jetzt? Den ganzen Bums da rechts hab ich gar nicht gesehen, ne? Digga! Das war doch richtig ersichtlich, wo man lang muss. Ich bin hier mal eingeklettert. Für mich war das ersichtlicher. Mieser Gargoyl-Schlucker, ey. Aber, es ist und bleibt knackig hier. Eieiei, ey, der hat immer so viel am Stück, ne? Eieiei! Wow. Jaaaaaa! Nein, muss ich jetzt hier ne Rolle machen oder springen? Das war's wohl nicht. Ich springe. Oh! Nein! Geht doch nicht! Verkackt. Ich hab verkackt. Ich auch und ich war schon so weit, ne. Ey, Dami! Den Beton-Rolle überspringen. Hilfe, meine Eier-Junge, Dami! Ey! Ja, das hab ich. Wie häufig soll ich noch L sagen Um die Wie häufig soll ich noch L sagen Um die Verheilung hier zu bekräftigen Hauptsache ich war schon drauf Er steht und schietet da nach rechts runter Er ist einfach so ein Körperklaus Ey Klingt für mich als wäre es dein Fehler Wenn GTA wenigstens einfach eine Funktionierende Körpersteuerung hätte Dass er irgendwo rüberspringt und dann stehen bleibt Wie ein rationaler Mensch Nee, er ist die ganze Zeit Einfach selbstmordgefährdet Jetzt geh doch Ey Ey Dieser Sacklutscher ey Ey Verpiss dich doch Ey Ich hab doch nichts gemacht Du hast mich weggepusht Ey, aua Es war ein Schuss in die Schenkelinnenseite Wo deine Eier hoffentlich sind Meinst du auf Kniehöhe oder was? Wenn du so miesig Schleppboden hast Zieh ich das nächste Mal woanders Ja Muss ein bisschen tiefer zielen Okay Also Ähm Wenn das kommt Dann sind wir da Dann sind wir da Und dann Ja, das hört aus Alles kommt da um Ist der Punkt Ey Ey, ist das der richtige Weg Ist das Real Talk überhaupt der richtige Weg Das ist doch viel zu krank, Mann Also jetzt mal Jetzt mal Real Talk Müsste eigentlich Das ist doch viel zu krank Aber es Ist falsch, Marvin, oder? Meinst du, ich kann da einfach rüberrollen? Soll ich da mal rüberrollen? Das ist falsch Loll Das ist falsch Loll Ey Ne Doch Ne Ne, wie kommen wir da drauf? Wir müssen da drauf, ne? Wir müssen hier irgendwie hin Ey Dann war das doch Wo ich gelaufen bin zuerst richtig Ey Ey Marvin Ey Acht Jahre meines Lebens Hier verschwendet, ne? Und ich sag einfach noch Es ist doch easy Easy, Bruder Aber das siehst du da nicht Easy zu sehen, wo es lang geht Ey Das ist Kraftwagenfahrer Und, okay, Dami Ich nehme alles zurück Deswegen Also später kommt da sicherlich noch ein Punkt hin Weil das sieht echt so aus Als wäre der eigentlich Nein, wir nehmen hier gar nichts zurück Also die Wegführung trotzdem scheiße gemacht, ey Ja, das stimmt Gebe ich dir recht Also hier warst du Und dann? Hier war ich Und dann war ich oben auf der Tube Und dann wusste ich, wie ich da rüberkommen soll Aber da geht's ja weiter, ne? Ich wollte eigentlich zu diesem Stoppschild Ah, doch Ist doch ganz einfach Hier Lol Das hast du nicht gesehen? Jetzt Retalk, Bruder Ich wollte da von hinten auf das Stoppschild draufstehen Ja Ey Ich bitte mich verarsch Das war richtig knapp Jetzt hier rüber Ey Ey Warum drückst du denn noch, du Ficker, ey Er sagt, warum drückst du denn noch? Ja, wenn du auf einmal stehen bleibst Wo willst du denn hin da, Alter? Da ist doch überhaupt nichts Ich wollte mir das angucken Angucken, ey Jetzt hier hoch Jetzt hier hoch Oh Junge, ey Ey, beruhig dich Ey, nein Lass mich zuerst Okay, ja Okay Dann bin ich hier hinten So, jetzt geht er hoch Geht er hoch Okay, was muss ich da gerade vorstellen? Okay Okay Jetzt hier hoch Oh mein Gott, ey Okay, also die Map ist jetzt weniger, weniger scheiße Ich dachte eben gerade noch Okay, mein Leben ist vorbei Oh mein Gott Aber eigentlich ist die ganz geil Ne, ne, geil ist die auf gar keinen Fall Wenn er mit Pfeilen gearbeitet hätte Für den Weg Okay, was ist jetzt? Ich muss hier rüber Nicht verkacken Nicht verkacken Nicht verkacken Ja Hier hoch Ja, der zerpumpt Oh Ey So Das war ein Glücksschuss, damit du es schaffst Oh mein Gott, ey Oh Okay, und jetzt hier noch unten droppen Oh Hier Oh Leck, meine schwedische Arschloch-Fee, Alter Ja, du müsstest da irgendwie reinspringen Ja, geh doch Hey Verpiss dich, Junge Alter, willst du in den Karton rein? Ja Ey, Alter, ich muss nicht weggehen, ey Wir müssen in den Container rein, Alter Was für einen Container? Ah Nein, ich bin abgeprallt Oh Eigentlich, ich hab mich schon drinnen gesehen Ja, guck selber Hans Meiser, helf, komm Richtige Talkshow Richtig Ans Ey, dass ich einfach schon drinnen war, Alter Ich war schon drinnen Ich war perfekt Ey Ja, ich bin drin Ja Digga, aber wie bist du Original Oben drunter gelandet, ey Ey, muss schon sagen Krass verdienen Punkt habe ich Ey, ey Alter Schwede Du musst zugeben, dass du es Nein Es war schon lucky Jetzt gebe ich zu Es war lucky, ja, ja, natürlich Es war nicht Ja Es war nicht verdient Es war lucky, aber verdient Aber ich hab jetzt vielleicht auch ein bisschen rumgelackt Ey, ich hab nichts gedrückt Ich hab nichts gedrückt Er hielt ihn einfach weiter Äh 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 Falsche Seite Falsche Seite Äh Ja Ja Seitlich Ja Nein, hab ich gerade auch versucht Bin drin So Rüber Und jetzt Beruhig dich, ja Ey Okay Ey Warum Warum baut er das so Wo Nein Nein Oh Mein zweiten Container Es sah erst richtig chillig aus Und auf einmal fängt er an los zu sprinten Fliegt an der Scheiße vorbei und stirbt, ey Du musst, äh Ganz langsam gehen Ich war im Aim-Modus Ne, nichts Sogar nichts drücken, nichts drücken Er rutscht nach unten Viel nichts drücken Bin gleich unten Äh Hier Und Drei Zwei Eins Und Bingo Okay Ey Mir noch jetzt her schießt Mach dich nur ein bisschen nervös Oh Ja Haben wir Und jetzt Durchspringen Hier rein Ins Wasser fallen Ins Wasser, Bruder Nope Ja Ey Wie bist du denn mal ins Wasser fallen gestorben Ich wollte gerade anfangen Wasser, Helen Wasser Zu singen Dann warst du tot Ey Ey Aber das ist ein Pfeil Das Wasser müsste eigentlich richtig sein Ich spiele ja bis hin nach rechts Oh oh Ja, das ist richtig Ich lebe noch Alter Ich habe noch 5 AP oder so Oh Digga, warum bin ich gestorben Warum, ey Warum bin ich gestorben Der versucht nach rechts zu springen, Alter Ich bin trotzdem links am Ufer gelandet, ey Ja, und er überlebt, oder was Ja, mit 5 AP oder so Erstmal eine Annäherungsmine anbringen, hier Digga, jetzt überlebt doch mal einfach, Marvin Man darf einfach bei dem 2N Container Man darf nichts machen Digga, wenn da eine Annäherungsmine ist, mache ich, Alter Du kannst das Ding alleine machen Nein, 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 klettern Ja Als ob du mir sowas zutrauen würdest Wir warten wieder Hast du auch nichts gedrückt? Ich habe auch nichts gedrückt, ja Okay Okay, wir sind schon mindestens bei Punkt 5, ja Zumindest bei Punkt 5 Jetzt wäre ich erst bei 5 und 6 bin ich jetzt Aber trotzdem, Alter, 35 Minuten Ja, krass, ne Okay, du bist jetzt nach rechts geschwungen Ich mache es auch Ich habe versucht nach rechts zu springen Es hat nicht funktioniert Ey Ey, willst du mich komplett verarschen? Ey Kannst du vielleicht einfach klettern anstatt einen scheiß Körper ins Wasser zu machen? Oh, kann ich hier an der Seite lang gehen? Oh, könnte ich sogar, ne? Wusa Würde ich das überleben? Check ich mal eben Okay, das hätte ich auch nicht überlebt Okay Dann machen wir es weiter, ne? Irgendwann schaffen wir es Ich würde ihn so gerne fragen, was er sich dabei gedacht hat, ne? Ich würde ihn einfach so gerne fragen Warum hat er das Ding nicht irgendwie 30 Millimeter nach oben gebastelt? Sodass man überlebt Vielleicht mal einatmen Da könnte Maren sogar mit seinem Schlong so das Lineal spielen Einmal den Schlong anlegen Guck mal, so weit musst du noch nach links Okay, ich mach jetzt hier leer Deko müsste ungefähr 10% davon nehmen Dann hätten wir es auch Na ey, er geht natürlich direkt Wie? Wie? Ja, 10% von meinem Schlong sind 30 Millimeter Kommst du wieder zurück? Soll ich das Plan B machen? Darf ich das Plan B machen? Ich? Ja, von mir aus Okay Wird so blöd, ey Nein, nicht wieder nehmen Ja Wie soll ich hier? Ich muss irgendwie da raufkommen Ich weiß aber nicht wie Ab ins Eiswasser Nein Wie hast du das jetzt gemacht? Plan B Auf den Reifen Und dann von dort langsam nach unten kämpfen Die sagt mir nix, aber Die Zuschauer werden es ja gesehen haben Ähm Ich dachte, du wärst schon ein Punkt weiter Nein Ich komme hier aus dieser komischen Kutsche nicht weiter Ich muss eigentlich in den Bus klettern Aber aus der Kutsche bin ich zu tief Ja Und ich Ach so Da weiß ich aber glaube ich, wie das geht Ich muss ähm Warte Muss einfach an den Rand gehen So So Hier so Ja, da kann man durchfallen Ich habe bereits versucht, auf den Rand der Kutsche zu kommen Und ich habe bereits versucht, hinten auf das niedrige Rand der Kutsche zu kommen Beide Male ohne Erfolg Ich habe es glaube ich schon, ich weiß es schon 15 Mal hier oben oder so Mindestens Ja, dann fahren wir rüber Ja Ja, ich hätte jetzt Auf der rechten Seite Und dann da drauf klettern Ja, habe ich versucht Achso, geht nicht? Ne Weil nicht Sobald du Wenn du da bist Wo die Wand anfängt Dann fällt es ins Wasser Ah, okay Ja gut, habe ich auch gerade getestet Gut Plan B everyone, ne Ich überlege schon einen Atomizer zu nehmen Mich aus der Kutsche in den Bus hoch zu Ja, dann Mach ich mal einen normalen Versuch Wobei das auch bloß nach hinten losgehen kann Ja Also wenn du da einmal hoch Also wenn du da Leertaste durchst Dann springt er ins Wasser, ja? Ja Und bei der kleinen Kacke hier hinten Springt er auch runter Wenn du von hier irgendwie drauf springst So Boah Warte, mal normal Boah 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 Also es könnte, denke ich mal, funktionieren Kannst du auf den Lachs drauf? Geht das? Auf den höheren kann man drauf, ja Ja, dann haben wir es doch, oder? Kann man da wirklich drauf? Ja Ja Aber am Ende fällst du runter Auch ganz runter Boah Alter Boah Das kann was werden Das könnte klappen Ja Jetzt, jetzt Genau Perfekt Ja, Alter Man kann doch weiter nach oben Aber du bist trotzdem nicht hoch Um drauf zu kommen Bin ich schon weit oben? Ja Boah Ja Hä Bin ich drauf? Ne Hä? Lol Ich bin da einfach so hochgeklettert Hä, aber wie? Ich hab keine Ahnung Hä, du standst daneben einfach? Ja Ey, ich musste doch auch einmal so ein Lucky Try haben, oder? Lol Ich bin drauf Ja geil, geht doch War doch gar nicht so schwer, oder? Hä, aber wie? Ich weiß nicht Ey Ja, ich meine Was muss ich hier machen? Ey, also wie unlogisch, please Wo ist denn hier irgendwas? Alter Schwede Man sieht nichts Pass auf, ganz am Ende Wenn du bei diesem Bau Bei diesem rot-weißen Kack bist Da sieht man kaum das Ende Ich weiß nicht, wie ich vom Bus wegkomme Achso, hier ist eine Plattform, oder wie? Ja Alter Schwede Man sieht hier gar nichts, ne? Ich glaube, weil hier einfach Schnee liegt Sieht man nichts Das macht es nochmal viel, viel schwieriger Okay, hier drauf jetzt wahrscheinlich Ja Äh Nein Da drauf Oh mein Gott Ah, das ist der Punkt Oh, bitte Ja Ja, bitte, 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 bitte Ich will nur noch den Punkt Ich habe fast zu meinem Sprung Los Nein Nein, 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 nein Oh, ich habe den Punkt Nein, 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 nein Wo bist du? Im zweiten Bus Ah, okay, dann hast du es jetzt auch Aber ich wäre gerade fast da hinten Wo man halt nicht gehen kann Auf den Nein, nein, nein Oh Muss ich durch den Container Oder oben drauf? Nee, oben drauf Oben drauf Digga, jeder Punkt, ne? Ist so anstrengend Oh, nein Ich muss nochmal so eine Oh, fuck Jetzt nicht daneben springen, ey Komm Es geht weiter Was für ein anstrengender Prokur, ne? Aber ich muss sagen, ich finde es eine geilerste Fußball-Tour Aber auch, ehrlich, Tabasco, ey, ne? Ja, wir sind auch schon bei 46 Minuten, ne? Punkt 7 von 20 Alter, ich nehme mich mal die Hälfte der Mämpfe Zumindest von den Punkten, ja Ja Ehre geht raus An Jeremy, unseren Cutter Puh Ey Fuck you Ich mache mal eine Rolle rüber Das war es auch nicht Das sah richtig geil aus, ey Aber springen bricht er auch immer sofort weg Deswegen, ich habe noch keine Lösung Ey, ich bin doch nicht einmal drauf gekommen überhaupt Hä, was? Da komme ich jedes Mal drauf hier Hier einfach so Klack Nur der Bruder hier Das wird jetzt lustig Das ist das Schwierige Eigentlich voll einfach Wenn du gerade davor bist Einfach Neu Du musst gerade springen Ja, habe ich Sonst haben wir umgeknickt Sah aus, als wärst du von weiter vorn drückt Sprungen Come on baby Ist da der nächste Punkt Hallo Hier ist echt der nächste Punkt direkt Echt? Oh fuck, ja Oh Oh ja Digga, das war aber jetzt hier zu einfach eigentlich Ich habe wohl eigentlich Ich habe immer drauf scheißen Oh Okay, jetzt zurück Aber Meinst du den ganzen Lacks zurück? Glaube ich nicht, oder? Ah Ich denke hier die Stangen runter Ja Hier die Stangen runter Okay Dann wollen wir mal, ne? Weiter geht's Ah Un, dos, tres Da 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 Okay In den Bus Mach mal Ja Gleich haben wir wieder die Holzkutsche Meine Aufnahme läuft Nein, ich hasse auch das Kutsche Mama Mia Pizzeria Boah Alter, das war richtig knapp Nein Oh Ja, 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 ja Was springt? Achso Boah, ich dachte gerade schon Nein Alter, nein Alter Wie, Diko Wie Ey Ey Brück deine Schamhabe Ey, ich weiß jetzt nicht, was ich hier machen muss Ja Aber der nächste Punkt ist Zwei Meter von dir entfernt Ja Was muss ich hier machen Aber wie hast du das gemacht? Du bist auch nur eigentlich zielt nach Zuseitigung, ja? Ja, ja So bin ich Ja Nice Ähm Nice Freut mich zu hören Oh Ich hab keine Ahnung, was man da machen muss Ey, und jetzt auf der anderen Seite, oder was? Wie? Oh Oh Oh, ja Nein Also ich muss Ich, also Will, würde gerne unten links lesen Mein Bossa ist gestorben Warte, ist noch alles möglich Wird mir, glaube ich, nicht erfüllt Oh, ja Oh Oh, mein Leben Jetzt bin ich wieder hier, ne? Wie zum Fick kommt das auf Ich hab mich einfach fallen lassen Ah It worked Und jetzt musst du hinten links in die Ecke springen Er springt einfach gar Mach irgendwas Was? Oh, nein Nicht Nicht Okay, ab ins Wasser mit mir Hä? Warum sterbe ich die ganze Zeit? Gibt es hier einen anderen Weg? Ein Bildschirm angespuckt Schon wieder so unlogisch Okay, so, mein vierter Versuch Aber man muss sagen, bis dahin war es easy, oder? Es ist wieder relativ lang, aber eigentlich easy Wenn ich nicht von dem Beton-Ding runterrutsche So, wir sind jetzt bei der Hälfte, Diko So Nein Ein 10 von 20 Nice Aber es geht hier noch Ey, nein Ich bin wieder Weil anstatt auf die Bank zu klettern Er klettert hoch, zieht sich rüber Mit einem Schwung über die ganze Bank drüber Auf der einen Seite hoch, auf der anderen Seite runter Warum? Nice Weißt du, wovor ich Angst habe? Ein großer Kasper, ey Vor dieser einen Stelle, die wir noch machen müssen Wo wir ganz am Anfang waren War doch easy eigentlich Ja Was sagst du so in deinem jugendlichen Lifeline? Also es war nicht easy, aber es war halt drei Meter vorher eine große Plattform, wo hoffentlich ein Punkt ist Hoffentlich, ja Und dann muss man da so gut wie nichts neu machen War dann direkt am Anfang Boah Könnte sogar der Schluss sein eigentlich, ne Weil das hört ja quasi mit in der Luft auf, ne Äh Hier drauf Äh Ja Könnte sein Warte mal, wir springen mal hier hoch Komm spring! Ich bin wieder beim Bus Ey Digga Ich stehe da Und er springt einfach nicht Ich drücke die Leertaste und er geht einfach nur von vorne und fällt runter Er springt einfach nicht So ging es mir auch Aber warum? Ich habe keine Ahnung Ich lauf diesen Bus jetzt schon zum zwölften Mal oder so, Alter Oh nein, wieder Elektro-Kram Halt jedes Mal so ein langer Weg Halt jedes Mal so ein langer Weg Dann bin ich wieder beim Elektro-Kram Funktioniert einfach Funktioniert einfach Funktioniert Ja Aber im Elektro-Kram gab es doch irgendwie so Bug-Kram, dass du irgendwie obendrauf gehst oder irgendwie sowas Ja, das versuche ich gerade zu abusen Funkt Funkt Links an der Seite runter droppen Oh! Ich habe es Geht nicht Nur noch das Ding hier langlaufen Gehen looping den liegenden Oh! 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 Endlich! Oh! Nur noch hier oben Und dann springen Bin ich jetzt schon bei dir oder bist du noch ein Punkt weiter? Warte, ich muss dich jetzt konzentrieren Könnte sein, dass ich es schaffe Ha! Oh ja! Oh, Digga Das ist einfach unser Fluch Ey, wir schaffen das einfach Digga, jetzt wo ich hier ankomme, schaffst du es, dann kannst du mir nicht mehr helfen Ne, das war einfach nur random Also dieser Elektro-Kack hat mich die ganze Zeit vergessen Eigentlich, eigentlich, ja Das ist ein Punkt, den man auch first try schaffen kann Eigentlich Wenn alles so funktioniert, wie man will Wo muss ich jetzt hin? Oh! Ja, 60 Minuten, ne? Easy peasy Salzige Kimme In die Kommentare Oder Äh, was war das? Äh, Tapir-Tränen Tapir-Tränen würde auch sehr gut passen, finde ich So vom Feeling her Oh, dann muss ich da hochklettern? Ohhhh 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 Pfff Okay Hä? Nein! Ich dachte, das ist einfach, was hier kommt denn Ja, ist es auch Was, dass er diesem komischen runden Ring mit diesem Schild, das immer rausgefahren kommt? Da musst du ja nur dran vorbei, das hält's nicht schwer Du musst nur auf die Lampe springen Und dann hast du Auf die Lampe ist dann einfach nicht gesprungen Ja, genau, da musst du dich wo Aber, da steht das dann auch von der Lampe runter, oder nicht? Naja Eigentlich nicht wirklich, ist easy weasy Nächsten Punkt habe ich auch Und jetzt Äh, ich will jetzt nur noch Ich will jetzt nur rin Sind noch irgendwelche Motorradleichen Nein Nein, nein, nein Oh ja, komm Kommen sie Oh Das hier war schon zu viel für mich, ja Ja Wie gesagt Ey! Elektro? Nein Achso Ich sollte eh in den Container reinspringen Und er springt einfach nicht Ey Junge, also Langsam vergeht mir hier echt ein bisschen die Geduld, ey Musste nur In diesem Baum drinnen Ja In diesen Container rein Und Er springt einfach nicht Ich hängere die Maustaste durch Es passiert rein Gar nichts Zu weiß Okay, sieht gut aus Nächster Punkt Wir sind jetzt bei Punkt 14 Wo ist der nächste Punkt? Achso, über mir ist dieses Teil Was muss ich denn hier machen? Ey! Hä? Ne Motorrad fahren? Muss ich da gar nicht springen? Kann man da rüber gehen? Äh Ist Nick weiß, ist Nick weiß Ey! Ne Ja, das ist auch mit langsam tippeln Nicht First Try, Alter Okay Ne Ich geh da drauf Ich drücke einmal tippel ich weh an Sofort geschockt und fall runter Kletter doch Kletter doch! Kletter doch! Ja, warte mal Ich könnte was gesehen haben Das wäre aber so random ey Aber du bist wahrscheinlich richtig Oder? Ich muss jetzt beim zweiten von der maximalen Spitze einfach rüberspringen oder wie? Ja, genau Digga, ich hab's glaube ich Ja, ich hab's Das Elektro Ding war aber nicht so schwierig wie ich dachte Ohhhh Alter War das random ey Okay Also Ja Sagen wir einfach nur Ja und Ja Das hätte er eindeutig besser bauen können Kann mir keiner sagen, dass das ersichtlich ist Ja Aber der restliche Kram ist jetzt eigentlich relativ simple Ja Da ist noch so ein Stoppschild drauf Ach hier hoch muss wahrscheinlich Ja 70 Minuten haben wir schon ne krank ey Der letzte Kram ist mir auch echt an die Nerven gegangen ne Meine Fresse Yes Pfff Hier rein Okay, what next? Hier Da oben drauf Ja Ey der, er baut so weird Aber es ist richtig Okay Schon mal gut zu wissen So ein Labyrinth hier Okay, da haben Pfeile gerade hingezeigt Ist auch richtig Jetzt hier hoch Nein Was macht die gerade? Ja 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 Falsch Ja So Oho Geh mal hier rein Digga, ich hab keine Ahnung wo ich bin Oho Digga, das war richtig Okay Rein oder raus Rein oder raus Rein oder raus Das ist Mickey Maus Dann machen wir erstmal so Dann machen wir erstmal so So Das ist ein Pfeil War für mich Das ist ein Pfeil Ich kann dir absolut nichts sagen Absolut Gar nichts Okay Wertvoll Wertvoll Digga Anderthalb Stunden Demnächst Ja Ja Nice Mit der Strom Geh mir nämlich gerne mit Und jetzt hier rein Ja Zwei Stunden später Oh Okay Habe ich Und da ist der Punkt Kann ich mich aber runter droppen lassen oder wie? Ja Oh 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 Ey Geht weiter Alter Falter Ey Alter Falter Ja Aber ich finde trotzdem eine coole Map für Leute, die diese Fußballkur mögen Ja Wenn man absolut no real life hat, dann ist das ziemlich nice Yes Ah was Ah ne, wahrscheinlich gar nicht hier rein, sondern Hier links, oder? Ne Da geht's nicht durch Fuck Okay, ich muss noch ein bisschen schneller sein Das ist aber auch ne kranke Technik hier Da hin Okay, jetzt habe ich keinen Plan, wo ich hin muss Runter? Ah, neu Du wurschtest dich da Du wurschtest dich da auf jeden Fall durch Ey, fließ, Alter Was denkt er sich bitte aus, ey Wer hätte das finden sollen, was ich hier gerade gefunden hab? Ja Digga, man muss ja eigentlich durch die Wand gebackt werden, ne? Funktioniert einfach nicht Okay, hier ist der Punkt Ich habe ihn eingesammelt Don't ask me Ich war da auch mehrmals Ich wurde auch mehrmals zurückgepackt Ich habe keine Ahnung Ich schaue mir das mal an, wie du das machst Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Ich schaue mir das mal an, wie du das machst Ich habe keine Ahnung Ich habe den Ort Ich habe ihn gesammelt Ich weiß nicht, ob du da durchgedrückt wirst, alle möglichen Winkel versuchst. Ich bin durch. First Try. Ja, ich habe alle möglichen Winkel gemacht, ich bin durchgekommen. Ich habe mich da hingestellt, wo der Fire ist, also in das blaue Teil. Das heißt ganz, ganz an den Rand, dass ich quasi auch vor dem Schild, beim Stoppschild stehe und nicht vor diesem Schlitten. Jetzt muss ich nochmal hier wieder einen Sprung machen auf ein Lack-Toting drauf, ne? Ey, ey. Aber okay, jetzt, also wenn du sagst, so geht es, dann habe ich wenigstens wieder Mut gefasst. Im Grade dachte ich, es wäre nicht möglich. Weil auch schon zweimal... Mal schauen, weil ich es wieder dahin schaffe. Ich muss doch so Lack-Toting drauf springen, ne? Wenn ich jetzt weggeschloppt werde und direkt runterfalle, dann... Rass ich aus, ey. Ich bin ganz langsam. Nur ganz kurz weh am Tippe. Ich muss nur in den Bus rüber, alles gut. Fein, liebe Elektro-Dinger, fein. Kriegt auch... Kriegt auch Tapir-Tränen, alles gut. Oh, ich bin im Bus. Oh, ich glaube, ich habe es... Ich könnte es jetzt... Ich könnte es jetzt... Ich könnte es jetzt... Oh, ja. Ja. Oh. Okay, ich bin jetzt auch wieder da. Ah, hier. Jetzt, jetzt kommt der, jetzt kommt der Schluss. Das ist der Bums, wo die hochklittert sind. Hä? Wer hat da immer noch nicht durchgedrückt. Da, wo das Schild ist. An die blaue Wand. Ja. Ganz gegen... Ich habe, glaube ich, sogar das Schild angeguckt. Die blaue Wand. Ja, gucke ich auch gerade. Und ich war, glaube ich, noch gezielt. Ah, okay. Das ist noch was anderes. Ja, warte. Oh, ich habe den Punkt. Alter, was eine Qual! Ne, auch nicht. Ich ziehe jetzt... Warte mal, dass man wirklich was... Ne. So. Man stand direkt an der blauen Wand dran. Ne. Dass man von dem... Dieses weiße Rand um das Schild rum... ...betroffen wird quasi. Ja. Nach wie vor nicht. Deswegen, ich stand auch schon eigentlich überall. Ich versuche mal zu rennen dabei. Oder zu springen. Ne. Aber mach weiter. Dass ich dabei nach vorne gegangen bin, noch noch. Ich versuche mal... Also mir hat es halt... Dann habe ich einfach richtig Lack gehabt. Und mir hat es einfach First Drive funktioniert. Oh. Oh, Bruder. Jetzt kommt das letzte Stück hier, ne? Gönn dir, gönn dir. Na. Aber diese Stelle, die hat mich einfach zerrissen. Stromschocker. Weißt du, hallo. Okay. Wann ich jetzt auf meine Motorrad drauf kommen? Komm her. 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 Und wir spring doch auf. Das Motorrad drauf. So ist es so schwierig. Mach einfach weiter. Das bringt doch eh nichts. Also ich komm hier eh nicht weiter. Baller uns einfach ins Ziel. Dann hat das... Dann hat der Albtraum hier ein Ende. Ich versuch einfach die ganze Zeit zu springen, sodass ich irgendwie auf den Boden falle, sodass ich vielleicht durch den Waggon gebackt werde, dass ich oben dann lande. Komm schon. Maybe. Komm! Nicht schocken. Do it! Ja! Ja! Okay, 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 okay. Jetzt hier rüber noch. Ja. Habe ich Punkt 18? Einsprung. Aber nicht dahin. Oh ja, ich hab den Punkt. Okay. 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 Äh. Kann ich... Äh. Oh nein, ich glaube... Oh fuck. Ja, das wird nochmal ein bisschen random jetzt. Okay. Kannst du mir das Sniper gucken von unten? Ich seh hier gar nicht. Aber ich kann mal schauen. Oh no, oh no, 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 no. Ne, leider nicht. Ich bin fast dahin gestolpert drauf liegen geblieben, das wäre auch richtige Lappen-Physics gewesen, aber ich hätte es genommen. Ja, hab sie da. Sprung. Easy. Hotdog-Häuschen, easy. Betonwolle. Easy. Okay, jetzt ist der scheiß Zaun hier. Okay. Ja, ich bin drauf. Ich glaube, jetzt habe ich den nächsten Punkt. Nice. Billy! Billy! Die noch zu verkacken. Wäre übel. Okay, Reifendinger habe ich. Jetzt aufs zweite Reifending rüberspringen und nicht runterfallen, bitte. Was ist denn hier so laut gerade? Okay. Nicht verkacken. Oh. Haps. Ja. Ja. Oh! Okay. Letzter Punkt, ne? Letzter Punkt. Danach glaube ich nur runterjocken lassen ins Ziel. Holzwand einfach. Okay, hier kommt ein Sprung in der Holzwand. Nein! Verkackt! Jump! Oh! Ich habe fast über die Box gesprungen. Okay, jetzt nur noch oben drauf. Willst du dir noch einen Glücksfuss geben? Auf keinen Fall. Du musst nur noch da hoch gehen, ne? Du musst nur noch da hoch. Das ist eine ziemlich steile blaue Wand. Oh, nur noch da hoch, Digga. Und dann hast du es. Nein, Abutsch. Nein, nein! Alter! Ja. Mach doch nicht so spannend, ey. Ja. 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 Ja, hoch. Ja. Oh! Ist das ein Punkt? Hier war ein Punkt jetzt, ja. Ja. Oh! Das ist kein Grund, nie wieder eine Map von Damien zu starten. Ich glaube, das haben wir auch schon mal gesagt, aber wir hatten es einfach nur wieder vergessen, weil einfach zu viel Zeit vergabelt. Es wurde irgendwie immer schlimmer, Alter. Also, je länger die Map wurde, desto schlimmer wurden die Kletter- und Sprungaktionen, die machen mussten. Echt ekelig. So! Dann würde ich sagen, 3, 2, 1, Zauberei! Der Ziegenmann wird mich heute abholen. Und mir eine gratis Rückenmassage geben mit seinen Hufen. Also, Dankeschön, Damien, für diese Map. Sie hat uns komplett zerrissen. Daumen nach oben. Wäre genial. Und hab noch einen genialen Tag reingehauen. Daumen nach oben.